Ja, hallo liebe Leute. Wir haben hier so einen Naturwanderweg. Da werden die ganzen Pflanzen am Wegesrande erklärt. Hier habe ich zum Beispiel die gemeine Birke Betula pendula, auch Sand- und Hängebirke genannt. Die gemeine Birke war Baum des Jahres 2000. Die ist anspruchslos, frosthart und sehr lichtbedürftig. So sieht sie dann nun aus im Mai. Die gemeine Birke. Wenn ihr mal nach Thaler im Erzgebirge kommt, dann könnt ihr hier den Weg mal lang wandern.